Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, was gibt es heute? Der Titel sagt es vielleicht schon ein bisschen aus. Es geht um mich. Ich, der Rasenfreak, werde euch erzählen, wer ich eigentlich bin und was ich will und wo ich herkomme und welche Visionen ich habe. Darum geht es heute in diesem Video. Also bleibt dran, ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Jetzt erfahrt ihr etwas über Andreas Kraus. Mal gucken, wie viel ich euch verrate. Aber warum nicht? Egal. Ja, ich bin aufgewachsen in der Nähe von Hamburg, im Süden von Hamburg. Ich bin auch ein Dorf groß geworden, in den Harburger Bergen. Eine wunderschöne Gegend, eine Entmoräenlandschaft, leicht hügelig, schön sandig. Da habe ich mich sehr wohl da gefühlt. Meine Eltern hatten immer schon ein Grundstück, haben erst ein Haus gemietet mit einem riesigen Grundstück. Wunderbares Grundstück. Hinten noch mit, also weiß ich nicht, mehreren tausend Quadratmetern Wiese. Da standen ganz tolle Obstbäume und richtig schöne alte Eichen drauf. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich muss so irgendwas zwischen sechs, sieben, weil ich war nur fünf Jahre alt gewesen sein. Da hat mein Vater Rasen gemäht, auch nicht regelmäßig. Da war die Wiese oder der Rasen schon richtig hoch gewachsen. Dann ist er mal wieder mit seinem Zweitakt Rasenmäher durch die Wiese durchgebrettert. Und ich muss ihm hinterhergelaufen sein. Ich kann das ziemlich genau noch im Kopf sehen, wie er jetzt da so eine richtig schöne Schneise durch seine Wiese da gemäht hat und wie ich ihm hinterhergelaufen bin. Und was ich wahrgenommen habe, was mir immer noch in der Nase ist, dieser Geruch von herrlichem Zweitakt-Duft. Ich liebe Zweitakter. Und von frisch gemähtem Rasen. Also diese Kombination, das ist ja auch heute noch so, da flippe ich also jedes Mal aus, wenn ich so frisch gemähten Rasen rieche. Ich bin ein olfaktorischer Mensch. Das heißt, ich nehme ganz viel die Umwelt meiner Nase wahr und mit den Augen. Also ich bin auch ein Mensch, der sehr bildorientiert ist. Und das werde ich jetzt nie vergessen. Das war also ein ganz tolles Erlebnis. Und ich glaube, das hat mich schon mal sehr geprägt. Und dann habe ich natürlich irgendwann später auch angefangen, für meinen Vater oder meine Eltern den Rasen zu mähen. Das habe, glaube ich, nur ich gemacht. Also meine drei jüngeren Brüder haben sich ja nicht so sehr für interessiert. Und dann kam so die Zeit, wo man ein eigenes Haus hatte. Und dann musste ich auch, also ich wollte auch immer ein Haus haben mit ganz viel Grundstück. Das war mir immer unheimlich wichtig. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, natürlich hier Rasen anzulegen oder anlegen zu lassen. Und dann auch angefangen, Rasen zu mähen. Das war alles noch relativ normal. Also nicht so leidenschaftlich. Und dann bin ich das erste Mal in Dänemark. Wir fahren immer nach Dänemark in Urlaub. Wir lieben die Nordseeküste. Und bin ich das erste Mal mit meinen Eltern zusammen, da weiß ich noch ziemlich genau, auf so einem Golfplatz gewesen. Konnte man so dran vorbeispazieren gehen. Und da war direkt neben dem Weg ein Grün. Und wir sind dann mal so rübergelaufen und hat keiner gespielt. Und dann habe ich auf dieser Rasenfläche gestanden, auf diesem Grün. Und habe diesen unglaublichen, kurzgeschnittenen, dichten, grünen Rasen gesehen. Das erste Mal so richtig wahrgenommen. Habe da so rüber gestreichelt. Und das hat mich total geflasht. Das hat mich total begeistert. Also so kam die Leidenschaft dann Rasen zustande. Und dann habe ich natürlich auf den Golfplätzen auch die Spindelmäher das erste Mal so richtig wahrgenommen. Ich habe mich total fasziniert, wenn dann die Greenkeeper über diese Rasenflächen mit ihren Maschinen gefahren sind. Dann bin ich immer wie angewurzelt stehen geblieben. Und habe immer den völlig fasziniert nachgeguckt. Und habe gesagt, so eine Maschine, das ist cool. So etwas muss ich auch mal haben. Ja, ihr wisst, ich habe mir das alles im Laufe der Jahre erfüllt. Ich habe dann irgendwann 1999 den ersten Spindelmäher mir gekauft. Dann kam viele Jahre später auch der erste wirkliche Profi-Spindelmäher, mein John Deere-Mäher. Dann gab es natürlich auch irgendwann die Erkenntnis, man braucht noch andere Maschinen, um Rasen zu bearbeiten. Und so hat sich das alles entwickelt. Ja, jetzt vielleicht noch mal ein paar Worte zu mir selbst. Ich habe mein Abi gemacht, dann habe ich angefangen zu studieren, Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik. Weil ich mich auch immer schon sehr für Fahrzeuge interessiert habe. Wie ist es jetzt aus dem YouTube-Kanal gekommen? Das ist auch vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Ich habe dann vor einigen Jahren den Job gewechselt. Ja, und dann gab es die Möglichkeit, dann mal auszusteigen, eine Auszeit zu nehmen. In dieser Auszeit habe ich dann tatsächlich meinen Traum verwirklicht, von dem ich auch schon immer geträumt habe, einmal mit dem Motorrad zum Nordkap zu fahren. Meine Frau, die ist mit ihrem eigenen Motorrad mitgekommen. Und wir hatten den besten Sommer, den man sich überhaupt vorstellen kann. Den coolsten Sommer überhaupt 2018. Und dann sind wir halt fast zwei Monate unterwegs gewesen. Und ja, ich war dann irgendwann bei bestem Wetter mit dem Motorrad im Nordkap. Und dann kam ich nach Hause und mein Rasen war völlig vertrocknet. Dann habe ich mir überlegt, scheiße, hätten wir vielleicht doch die Bewässerungsanlage anlassen sollen. Wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen. Aber egal, jetzt greifen wir so richtig an. Und dann dachte ich mir, wieso machst du nicht mal ein paar Videos über Rasen? Dann habe ich mich unheimlich schlau gelesen und schlau geschaut bei YouTube, wie man das dann so macht mit so einem YouTube-Kanal, was man so beachten muss. Coole Idee. Du wirst jetzt der Rasenfreak auf YouTube. Was ist denn nun eigentlich meine Vision? Was soll das Ganze? Einmal macht es mir natürlich Spaß zu filmen. Filme zu drehen über das, was man so tut. Und dann macht es mir auch Spaß, hier so vor der Kamera so ein bisschen zu acten, euch auch was zu erzählen und so ein bisschen auch ein bisschen lustig zu sein, ein bisschen Spaß zu haben. Das finde ich total cool. Und dann freue ich mich natürlich auch, mit euch in Kontakt zu treten über diesen YouTube-Kanal. Die Vernetzung der ganzen Rasenfreaks auf der Welt auch so ein bisschen zu unterstützen. Das ist ja total spannend, wer so eigentlich auf der Welt, wo er das Thema Rasen auf YouTube darstellt. Das ist ja unglaublich, was man da auch so erlebt und was man auch so lernt von den anderen Kollegen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da finde ich einfach cool, dabei zu sein, mitzumachen und auch vielleicht immer erfolgreicher zu werden, wenn ihr das wollt, wenn ihr das unterstützt. Und da kommt natürlich sehr euer Feedback an und ich versuche das dann so gut wie möglich zu bedienen. Das immer weiter auszubauen, immer weiter zu entwickeln. Ich habe so viele Ideen im Kopf, was man auch so machen könnte, so ein Thema Rasen. Da gibt es das Thema Gräser, ein ganz spieliges Thema. Da gibt es das nochmal in der Tiefe, das Thema Maschinen. Denn ich würde also nochmal richtig gerne so ein Video machen über meine ganzen Spezialmaschinen, auch über meinen John Deere. Da gehe ich nochmal so richtig tief rein in die Technik. Dann habe ich ja diesen Errifizierer, den kann man sich nochmal auf dem Video ganz genau angucken. Dann habe ich Projekte, meinen Garten noch ein bisschen umzugestalten, noch weiter umzugestalten. Noch mehr Fläche anzulegen, auch das Mähen noch ein bisschen einfacher zu machen. Dann möchte ich natürlich endlich mal so eine richtig, richtig, richtig fette, so eine richtig tolle Rasenfläche erzeugen. So richtig, also wo man wirklich dann niederkniet und denkt, das darf doch nicht wahr sein. Wie geht sowas, wie kriegt man sowas hin? Das möchte ich noch machen und das will ich alles dokumentieren. Wenn das gut läuft, wenn das alles so weitergeht, wenn ich auch die Zeit dafür finde, das ist ein bisschen schwierig gerade mit dem Job jetzt wieder, dann habe ich ganz viele spannende Ideen, auch Leute zu interviewen. Um auch hier mit den anderen YouTubern vielleicht mal so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Was ich auch unheimlich gerne möchte, ist Maschinen zu testen. Also wenn hier mal so jemand von John Deere oder Sabo oder was weiß ich, welchem Rasenmäherhersteller hier, Swordman, wenn die mal Lust haben, mich anzusprechen und sage ich, dann teste ich mal so eine Maschine. Dann her mit dem Gerät, dann wären wir die Geräte, wenn wir den Rasen jagen und dann werden wir mal so einen richtig schönen Testbericht hier auf YouTube veröffentlichen. Vielleicht kommt das ja alles noch. Ich bin sehr gespannt, ich bin total motiviert und ihr seid live dabei. Ja, danke fürs Zuschauen. Soweit ein paar persönliche Dinge von Andreas Kraus, dem Rasenfreak. Bleibt dran und wir sehen uns im nächsten Video. Genau, à la Conner Worte. Tschüss.